Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Magica. Wir sind kurz vorm Tod. Yes. Erstmal Nokia im Ring. Oh nein! Oh Lissi, warum läufst du mir immer in meine Kills rein? Hast du das nicht geschafft, ne? Ich nehm meinen Schlaf nicht, ich nehm den nicht. Scheiße ist das denn, ich kann den nicht nehmen. Ja, bitch. Nokia nehmt den einfach mal mit. Zing! Auf jetzt, ich will Schach spielen. Kommt mit mir zum Schachbrett. Oh, unbedingt. Was ist denn für ne fette Kugel? Oh, die Stadt! Oh yeah! Geil! Wippa! Oh! Muss mal kurz. Ist das denn bitte für ein Geräusch? Der macht so einfach so... Ja! Voll komisch. Und doch seid ihr hier. Mir scheint, ihr befindet euch auf einer Einbahnstraße. What? Ich mach mal alle bitte A, E und dann selbst auf euch anwenden. Die T. A, E? Okay. Ja. Warte. A, E und dann... So. Okay. Ich glaub, das bringt aber auch nichts auf den. Doch, du musst das machen, wenn der farbig ist. Hilfe! Ja, ja. Oh! Hey, ich werd trotzdem noch... Das bringt aber irgendwie nix. Naja. Du machst keinen Schaden. Lebe mich meiner wieder vielleicht? Ach so, du bist du, oder? Nee. Bei mir hättest du... Ah! Oh Gott! Oh Gott! Also am besten die ganze Zeit mit Hastro laufen, weil ich glaube, das ist das verdammte scheiße. Ja, aber wenn du hast machst, kannst du ja keine special Sachen anwenden. Und wir müssen auf jeden Fall... Wenn der irgendwie... Hilfe! Das kann sich ja... Aua! Das kann sich ja immer einer opfern einfach. Ich check, wie sollen wir ihn umbringen? Weil dann können wir ihn umbringen. Funktioniert denn das am besten? Ich check, dass wir ihn angreifen müssen. Nein! Ah, mit Leben! Ah, wait! Jaja, hab ich doch gesagt! Also nachdem er mein Leben genommen hat, oder wie? Ah! Jaja, lass einfach so machen. Hilfe! Wo bin ich denn? Hallo, kann mich mal jemand wiederbelegen? Äh, du lebst doch! Nein! Bei mir sind wir Geister! Was? Verstehe ich mir. Hallo! 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 Wir müssen alle nix machen, außer Lissi. Oder? Das ist doch scheiße! Ich will nicht! Er greift gleich an! Warte! Ich lauf nochmal schnell! Oh nein! Genau, damit er angreift, ne? Hä? Ah! Ich kann nix machen! Ja, ich weiß nicht! Ich bin wieder farbig! Lass dich... Hey! Okay, ich geh wieder! Wo ist er? Wo ist er? Da kriegst du doch... Das war ja, man will sagen jetzt... Scheiße! Hilfe! Wo ist er? Wo bin ich? Du bist da drüben! Du läufst da rum! Ich wurde hier umgebracht! Ja, okay! 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 Ah! Ah! What? Was? Jonas, renn weg! Los Jonas, du schaffst das! Oh Gott! Wie macht man das jetzt? Kann man die nicht irgendwie angreifen? Ah! Ist einfach weglaufen, renn einfach die ganze Zeit. Da trifft er dich meistens glaube ich noch nicht, oder? Weiß es nicht. Doch, der kommt glaube ich gerade. Mami, Mami, was ist das für eine Scheiße? Kannst du den da angreifen schon? Oh, das war's schon. Na dann. Das war irgendwie scheiße. Okay, er muss einen umbringen und dann kann man den umbringen. So jetzt, wenn er versucht. Nein, du kannst jetzt erst schon angreifen. Hä? Jetzt ist er aber doch weg. Keine Ahnung, verstehe doch. Irgendwie wenn er farbig wird, dann kann man versuchen den umzubringen. Ach ne, jetzt kommen die kleinen Scheiße. Was? Aua, 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 aua. Irgendjemand hat Wasser. Irgendjemand hat Wasser. Was ist gut auf die? Ja, was hast du richtig gesagt? Was ist gut auf die? Super. Wasser. Ah, nur auf den einen nicht. Ah, warte. Okay, warte. Die eine haben Feuer. Da müssen wir einfach nur das Gegenteil auf die anwenden. Aber der andere hatte gerade das andere. Ich weiß nicht genau, was das war. Wollen wir mal schauen. Ja, genau. Ich lösch mich gerade in dem Moment und die zwingen mich wieder an. Kleine Bärche. Warte. Kann man mal Crew mit S zusammen benutzen? Wieder abzuleben. Ja, dann ist das Zielgericht. Danke. Ich könnte mal mit Cash stehen bleiben. Danke. Mach doch einfach so und weg sind. Ah, Hilfe. Ich bin tot. What? Ja, okay. Ja, okay. Wo ist denn der Typ? Wie lange dauert das denn bitte? Ist der denn nicht mal mehr? Hallo? Vielleicht da oben? Hä? Man kommt da nicht mal hin. Ich will das mal Teleport machen. Vielleicht passiert irgendwas. Vielleicht müssen wir in die Tür rein. Nein, das kann eigentlich nicht sein. Wo ist der denn? Hier vielleicht irgendwie random? Gramm! We are is very cool! Was? We areual, doesn't matter. We are angle. Das sieht mega geil aus. Pssshhhh. ich verstehe das nicht. Lass mal alle so laserstrahlen durch die Gegend bringen. Wo ist das? Verstehe ich nicht. Lass mal alle rumNER zw lockern kurz. Absturz auf den Desktop. Ähm... Warte, was war das? Kuku? Ne... Doch, da, hier! A. A. F. W. A, A, F, W. W? Moment. A, A, F, W. Ja, sorry. Alle so weg, bye. Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist schon irgendwie kacke, ne? Das war das andere, wenn man das teilen muss. Ich finde, immer mein Zimmer sieht in den ganzen... Selbst schon oft ganz so voll schön. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Schöpfe dich! Ja, wir müssen mit Leben angreifen, auf jeden Fall. Mit Laben. Mit Lab-A-Wars. Okay, ich hab alles bereit. Da oben kommt da. Hä, wieso kann ich denn jetzt nicht anreißen? Jetzt, 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 jetzt. Wow, wir haben den mal wieder voll viel... Wah, wie ich aufgequillt bin. Ist ja voll ekelhaft. Also, einer muss sich immer opfern, oder wie? Ja, scheinbar. Oh nein, 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 ich hab mich gar nicht getroffen. Irgendwie wenn er ausruft, oder so. Einfach immer... Nein, stopp! Nein! Das ist der echte, dem musst du ausweichen. Das ist immer einer, der dann... Also, einer von diesen ganzen Leuten rennt dann auf die zu. Oh nein, ich muss mich auch opfern, nee. Jetzt! Ah, mich hat alle weggefetzt! Scheiße, kacki, fucki. Hey, wir sind dahinten. Leute! Jetzt, 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 man kann ihn angreifen. Oh, warte. Scheiße. Hey, manchmal kann man die einfach so angreifen. Oh, nee. Lisa! Nein! Mami! Das ist nicht der echte. Ja, ich weiß. Doch, der wurde farbig. Und jetzt können wir uns wieder bewegen. Das ist immer der, der nicht unsichtbar durchsichtig war. Der kommt zu mir, der kommt zu mir, der kommt zu mir. Leute, Leute, Leute. Oh, wow, wow, voll geil. Oh, ich bin doch das. Ich bin... Dremelamer, Banana. Oh, da ist er. Nein, das ist nicht der echte. Hä? Der auch nicht. Das sind alles nicht die echten, ne? Ja, aber bei mir sind die normal. Bei mir sind die schwarz einfach. Nein, bei mir nicht. Die sind alle durchsichtig. Hm. Ja. Der auch. So zehn Jahre später. Der ist der echte. Oh. Toll. Jetzt sind wir der echte. Ja, toll. Danke, ihr bringt's uns ganz voll. Oh. Oh. What? Voll weggesiert. Was war das? Achso, kann man nicht überspringen. Man muss mich ja einfach selber zurückhalten. Das geht so wirklich auch. Ah, warte. Schaden, Schaden, Schaden. Okay. Ding. Du bist wieder dran. Juhu. Ich verstehe das trotzdem nicht, wann der echte jetzt wirklich kommt. Das ist ja nicht. Ich kann dir einfach sagen, wenn er kommt. Ah, nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Du musst einfach... Bleib einfach mal stehen. Das sind die alle nicht. Ich kann dir dann schreien. Achtung, jetzt muss er wegrennen. Der ist es. Ja, toll. Ich bin perfekt. Und Moment. Hilfe. Ja, rett uns. Rett uns. Da hinten ist er. Oh, kacke. Rett uns. Was? Hä? Oh, was zur Hölle? Okay, warte. Ich hab einen wiederbelebt. Oder? Hä? Ah ja, hab ich jetzt. Irgendwie so. Ich leg uns wieder. Hey, ich hab doch die ganze Zeit gelegt. Ah, Hilfe. Ich bin da umgebracht. Hä? So kann ich mich nur so lahmarschen. Weil irgendjemand Zeitlupe angemacht hat. Ja, ist schon mal nisch. Ist schon mal nisch. Ist schon mal nisch. Ah, da ist er. Hilfe hinter mir. Okay. Oh Gott, ich kann mich zu langsam umdrehen. Was? Oh ja. Ganz knapp vorm Ende. Kann mich jemand wiederbeleben? Nee, ich will nisch. Geht doch gerade nicht. Oder? Kannst du das, Loki? Ach komm, ich lass mich einfach töten. Tschüss, kein Bock mehr. Ja. Und was, wenn ich jetzt sterbe? Wenn ich scheiße bin? Was machst du da? Ich lebe mich wieder. Ja. Tsching. Tsching. Bah. Hier liegen immer die aufgequollenen Körper. Das sieht voll fies aus. Die sind ja gar nicht aufgequollen. Die liegen einfach ganz normal tot. Oh, der blaue. Da ist er. Wer muss dich opfern? Ich muss mich opfern. Nee. Ja, da bist du wohl weg. Natürlich. Beim coolen Finale bin ich natürlich weg. Bye. Sag ich. Ihr seid wichtig. Zum Glück bin ich zufällig Teilnehmer eines Reisebüros. Oh Gott. Witzig. 900 Cent, Mann. Ja, klingt gut. Todesbeschwörung. Haben wir die nicht schon gelernt? Nee. Das war Totenbeschwörung. Das war vorhin ein Unterschied. Joshua. Ja. Und mein Leben starb? Nein. Der liegt einfach so gechillt und eben so was auf. Der sieht voll aus wie so ein Sims-Stab. Was? Was ist das? Blablablabla. Was gehört niemand? Sie. Schiele können mit Leertaste geboostet werden. Schwör. Wir haben vorhin was voll geiles rausgefunden. Wenn's regnet oder blizzard oder so ist. Ja. Zunichtungszeit. Ja. Und ich hab da so nix mitgekriegt. Also wenn's regnet oder irgendwie so ein Schneesturm oder sowas ist, kannst du einfach es damit einfach beenden. Ja. Mit SE. Ich glaub es war SE. Ich bin schnell arstig aus. Ich bin schnell arstig aus. Wir alle zusammen. Nee. Was ist das? Ach guck mal die Fiendbogen. Fiendbogen. Hä? Waaat? 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 Also ich. Ja ja. Hör auf mit diesem Donner-Crash. W lift denn? Wenn man absiziert dann es trittest so. Mami, Mami, Mami. Wieso sind die eigentlich so schnell die kleinen Scheiße? Hilfe, Hilfe. Was? Oh mein Gott. Was du an der. Eine Ja. Einen Moment. Jaa, die Dosci. Tausende Problemen. Hilfe. Lisa? Ach so okay, warte. Nimm Die schrauben alle auf mich ein gerade? Ja, das geht auch. So warte. Das ist eigentlich voll geil, weil der Explosionsschaden von Eis macht den anderen auch Schaden. Ah! Oh, Schütti! Danke. Ob das so Feuer auf Loki gezielt ist. So. So, okay. Gibt es so wäsch. Yeah. Warte, wir gucken kurz, ob Totenbeschwerung was Neues ist. Darf ich kurz nachgucken? Nee. Donner, Kai, Regen, Blizzard, Feuersturm, Zeitverzahmung. Ah, Todesbeschwerung. Todesbeschwerung. Okay, erstmal ausprobieren. R. S, R, Q, R, R. Was zum Geier? Oh, das ist ja voll geil. Ja, toll, was soll ich davon haben? Ja, ja, das ist klar. Aber wenn keine anderen Leute zum Anvisieren sind, ist ja klar, dass es anfangs treffen muss. Hä, aber ich verstehe das nicht, weil dann kannst du doch einfach genauso gut, ähm... Am Boden befindet sich ein Flammensymbol. Ich weiß wie, ich weiß wie. Ha, ich hab's schon vorhin. Oh, okay. Manu, das ist gemein. Wieso ist die wieder zugegangen? Achso, ich wollte schon sagen. Sie hat so einen aufwendigen Öffnungsmechanismus. Die muss erstmal zugehen, um aufzugehen und so was. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Warte, ich will das jetzt mal ausprobieren. S, R, R, Q, R, S. Töte nicht den Hürst! S, R, R, Q, R, R... Boah, das sieht voll geil, das Unternehmen. Boah, das hat... Das hat sich jetzt aber mega gemacht. S, R, R... Boah, der ist so schnell, der Typ. Der ist schon tot. Der ist schon tot! Oder? Niemals! Der blutet schon so voll aus. Zunichtung warst du übrigens. F ist E. Da ist noch ein E.T. Egal, lass mal weg. Hilfe! Die Augen sind voll viel. Warte, was muss man da drauf machen? Ich bin fast tot. Oha, scheiße. Mami, nein, Hilfe, Hilfe. Was? Leute, er belegt mich wieder. Ja, 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 ja. Ich bin tot. Ich würd mal Wasser nehmen, weil Wasser schlecht auf Dings ist. Was? Ja, dann belebt mich einfach viel nach. Dein Wasser ist gar nicht. Ah, nein! Hilfe! Was? Jonas! Scheiße! Das ist unsere letzte Hoffnung. Ihr lebt wieder. Mami, Mami, Mami. Ich steh mal den Leuten, die sind schon gar nicht. Ach, ach, ach. Also warte. S, R, R, Q, R, S. Jetzt befreit mich und stimmt trotzdem voll ab, Leute. Es wird mich wieder einer bebleben. Oh, ne, auf Jonas oder was? Ja, geil. Äh, hier auf Ruki meine ich. Ja. Ist da das Leben? Ja, warte, warte, warte. Scheiße, ich bin schon wieder tot. Das ist doch nicht so wahr. Was zum Geier? Wir müssen, glaub ich, wirklich essen. Ihr seid doch wieder da. Ich belebe euch grad die ganze Zeit. Ich sehe nichts. Okay, warte, dann wir rein. Ach, Nuki schwebt da oben drin. Warte, wie wär's damit? Wie kann man dieses Teil kaputt machen? Ah, Mami, Mami. Ich weiß es nicht. Ich glaub, Eis ist kaputt. Oh, Eis, ja, Eis ist eine gute Idee. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Können wir nicht erstmal diesen Scheiß Yeti kaputt machen? Ja, ja, denk ich auch. Ja, ja, denk ich auch. Das nervt mich. Ah, Mami. Gott. Oh, ich leg dir wieder. Danke. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh, das Auge ist ja mega-hyper. Hey, ihr lebt, ihr seid ja alle tot. Ja. Ach, der Eli ist tot. Ja, du hast mich doch ein Grund. Oh, ja, vor allem, ne? Da bin ich, stimmt wieder. Der Stein, Leute, der Stein. Der Stein ist geil. Der Stein ist immer geil. Ja, sag ich ja. Hab ich ja probiert, aber... Oh, Toi, ist der abgefasst. Oh, Scheiße, ey. Das Ding ist mega-hyper. Aber ich mein, damals wär das gar nicht... Oh, das war heftig gewesen. Oh Gott. Was kann man denn dagegen machen? Hilfe. Hilfe. Oh Mann, jetzt hat der mich schon wieder abgefackelt. Oh, muss der immer auf mich diese Scheiß-Attacke machen? Das passt so. Doch, stehe. Was? Slow motion. Slow motion. Ha! Ha! Das hat's sogar wirklich gebracht. Hä, was ist passiert? Ja, Nuki hat diesen Tod zu ihm gebracht. Ach so. Hab ich gar nicht gesehen, das kam bei mir gar nicht. Doch, es wurde so voll slow motion und er hat ihn umgebracht. Na, hab ich das schon gesagt? Ja, bei uns hat das schon gesagt. Also der Tod wurde bei mir nicht angezeigt. Was? Ey, Koch! Hast du mal gegen die gekämpft? Nein, wir haben nicht gegen den Koch gekämpft. Den Koch? Was für Koch? Ja, der hat so ne Kochmütze auf. Was? Na, guck doch mal der in der Mitte. Oh mein Gott, Scheiße. Was ist denn? Oh, was geht dann hier? Was? Hilfe! Der reflektiert dein Zeug. Oh, jetzt nicht mehr. Der Stein! Der Stein! Der Stein! Der Stein! Der Stein! Der Stein ist... Oh, seid ihr tot? Ja, weil... Der Stein flatscht tot. Wegen meinem Stein. Mein Stein ist geil. Sag mal gar nichts gegen meinen Stein. Hier. Bam! Seht ihr? Guck mal wie geil der Stein ist. Der ist so ein Scheil. Bam! Stein! Bam! Stein! Bam! Bam! Tot! Der ist ja nicht getötet. Ich war einfach tot. Perfekt. Warte, es ist die Kochmütze. Kann man die mitnehmen? Guck mir die Kochmütze. Blitz-Aura. Was ist das? Oh, die sieht geil aus. Oh, guck mal! Brrrr! Brrrr! Was? Äh? Der Typ ist auch gestorben. Versteh ich nicht. Das war jetzt irgendwie komisch. Das war jetzt... Ich weiß nicht. So ne komische Aura oder so. Warte, da kann man doch bestimmen. Hä? Was denn? Das ist mega cute. Warte, was ist wenn ich die Aura ab? Kann ich das vielleicht besser Blitz machen oder so? Nein, kann ich nicht. Lass dich. Ja, was dann? Mach den Stein, Leute. Den Stein. Vergesst nicht den Stein. Ja, das ist jetzt mal gut. Die Steine. Ja, danke. Der Stein. What? Der ist ja mega Stein. Das hab ich ja gar nicht bewusst. Weil ich den Stein einsetze. Es... Er... Er... Ha! Ey, das wollt ich machen. Oh. Nein! Auf wen rennt der jetzt zu? Ahaha! Zu mir! Woah! Ciao! Nee, ist drin. Wir treten hier ab. Weißt du das wieder Feuerkacke, was wir machen müssen? Äh, nö, ich glaub nicht. Nee, bist du dumm? Jetzt fackelt das so ab und so. Ah ja, das war voll. Oh nee, das scheiß Auge. Fuck. Oh Gott, nein. Ich hab keine Lust. Echt? Warte, ich glaub, hier konnte ich weiterlaufen. Lass uns mal versuchen weiterzulaufen. Prick. Ha! Ich glaub, der wollte mich angefangen. Was? Ich bin alleine? Ja! Sag das doch! Ah! Okay, warte, lass mal wegteleportieren. Bye! Dubai! Ich mein, man muss hier einfach weitergehen. Lass uns weitergehen. Ich wurde umgebracht. Okay. Schnell! Ein Flamm-Symbol. Okay. Ja, mach! Ich halte sie auf. Das war nicht lange. Oh Gott! Und ich bin auch noch so richtig ehrenvoll durch Nookies Flamm gestoppt. Was? Wie ist schon da kommt? Nein, nicht schon da kommt. Kann mich noch mal einer beleben. Hallo? Bitte? Elementar-Beschwürf. Elementarwiesenbeschwörung klingt geil. Ah, warte, dann werden diese Figuren bestimmt nicht. Also, das wär geil. Okay, warte. Leute, kann mich mal bitte einer wiederholen? Warte. S-E-D-E-Q-F-S. Hier. Oh, geil! S-E-D-F-Q-S. Wie heißt das jetzt? Elementarwesenbeschwörung, total kurz. Sieht aber cool aus. Ah, Blizzard, Feuerstumpf. Wieso haben wir so viel Scheiße eigentlich? Ja, aber das andere mochte ich lieber, die Todesbeschwörung. S-E-D... Ja, wir haben sie ja noch nicht kämpfen sehen. Okay, wie war das? S-E-D-E-Q-F-S. S-E-D-Q-F-S. Hä? Was war das? Läufst du wieder rein? Wie sinnvoll. Da wurde gar nicht eingeschleutert, oder nicht? Ah ja, du möchtest ja so unbedingt nochmal... Also, ich bin das ja hier nicht. Ich auch nicht. Ich glaub, wir mal raus. Hä? Wie war denn das? Hilfe! Ich geh mal weg. Tschüss. Gleich mal tot. Lisa. Hi, ich chill hier. Dubai. Ey, Mann! Wo müssen wir hin? Kann sein, dass wir... Oh, die kleine Bisse. Oh, die kleine Bisse. S-E-D-Q-F-S. Kaboosh! Elementarwesen. Oh, wow. Der macht aber auch viel, ne? Vielleicht geht's hier runter. Leute! Hallo, rett uns! Ah! Mami! Ich glaub ich, wir mussten da drin bleiben. Mein Elementarwesen pennt einfach. Ja, aber das steht doch schnell aufgrund. Lebe jetzt! Was ist... Dieses scheiße Elementarwesen bringt überhaupt nichts. Guck mal, das Leben steht da so rum so, hey. Hallo! Oh ja, das ist das Fach! Kämpf! Für uns! Okay, ist er einfach so voll scheiße? Hilfe, mach du gar nichts! Hilfe! Wo müssen wir hin? D-D-D-D-D! Ach, warte! Wir müssen uns einfach hier unten den Gang runter. Wir müssen wegfetzen! Leute! Ja, ja, ja! Oh, wow! Der Stein hat ja mega was gemacht. Aua, aua, aua! Ja, gut! Wow! Das ist schwer gewesen! Wieso passiert das? Oh, guck mal! Das ist ein cooler Stab! Oh, mein Gott! Hilfe! Tschüss! Hä, was ist das mit mir gerade los? Dann kann ich einfach weg jetzt. Bye! Den Bock mehr! Dubai! Halt, halt, halt! Wenn uns jetzt gerade keiner angreift. Oh, jetzt kommt noch Zwischensequenz. Aber wir können uns schon mal so langsam verabschieden, weil es sind schon wieder 12 Minuten vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns nach der Zwischensequenz, nachdem wir Nach der Pause! Jaaa! Du musst ja aber erst nochmal ein Auge angucken. Ja, mach jetzt schnell! Nochmal so ein Kauch und so. Dubai! Bye! 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 Vielen Dank.